Hallo Leute, was ist das für euch und Wilco, ich bin hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier zur nächsten Top-Fußball-Match-Tags-Bundesliga-Orakel-Konferenz hier auf dem Freitag. Freitag 15.30 Uhr, ihr wisst ja wie das Ganze läuft. Jeden Freitag um 15.30 Uhr gibt es bei mir auf meinem Kanal die Orakel-Konferenz mit allen neuen Spielen des Bundesliga-Spieltags. Und wir starten rein in den Freitag. Meine Stimme ist noch ganz heißer vom Hertha-gegen-Gladbach-Spiel. Freitag, wir starten heute rein mit Augsburg gegen Hoffenheim. Dann morgen Konferenz, sehr, sehr geil. Gladbach gegen Bayern, mal gucken wie die Gladbacher darauf reagieren. Die Bayern, ja auch wieder letzte Woche souverän drunter gespielt hat, kann sie, würde ich mal sagen. Wolfsburg gegen Leipzig. El Plastico, mal gucken wie das, ich glaube, Enkunku könnte wieder spielen. Enkunku nach seiner Verletzungspause, nach seiner langen, langen Verletzungspause wieder zurück. Hoffentlich wieder zurück, der steht nämlich auch mal in meinem Kick-Bass-Team. Bochum gegen Freiburg, dann haben wir Stuttgart gegen Köln und ich glaube Spitzen, nee, Spitzen, doch Spitzenpartie ist Frankfurt-Bremen, ne? Und Union-Schalke ist Sonntag 15.30 Uhr, weil Dortmund-Hertha ist Sonntag 17.30 Uhr und ich glaube Sonntag ist dann auch noch 19.00 Uhr oder 19.30 Uhr, glaube ich, war es, ne? Leverkusen gegen Mainz, also wir haben irgendwie, ja, einen verrückten, das ist ja wegen Champions League etc. Ähm, ja, also meine Tipps kommen gleich, es wird auch Einzel-Orakel-Videos geben, ich denke, ich werde zwei Einzel-Orakel-Videos rausknallen. Des Weiteren habt ihr auch die Möglichkeit bei, ähm, einem Rosi Mourinho beim Discord-Tippspiel, wo ihr kostenlose Box-Breaks gewinnen könnt. Habt ihr die Möglichkeit, ähm, bei der Partie Gladbach gegen Bayern, äh, zu tippen, mitzutippen. Und wenn ihr diese Partie richtig tippt, Ergebnis plus Torschützen, könnt ihr halt, wenn ihr der einzige Tipp seid mit dem, mit den Torschützen und Ergebnis, dann bekommt ihr alle Boxen. Sollten mehrere richtig haben, werden diese Boxen und die Packs natürlich aufgeteilt. Aber es ist immer eine feine Sache, weil ihr könnt kostenlos mittippen, einfach Tipp abgeben, Discord joinen und, ähm, ja, mit etwas Glück den richtigen Kommentar kommentiert haben. Ihr habt Zeit bis um 15.29 Uhr, morgen, also auf den Samstag, weil wird ja um 15.30 Uhr angestoßen. Und jetzt mache ich noch ganz schnell meine Tipps zum Schnellleuchlauf und dann gehen wir auch schon rein in die Orakel-Konferenz. Lasst natürlich auch zu Beginn des Videos hier einen Daumen nach oben da. Am Ende gibt es die Orakel-Tabelle. Augsburg gegen Hoffenheim, sage ich, wird ein 1-1. Gladbach gegen Bayern wird ein 1-3. Wolfsburg gegen Leipzig wird ein 0-2. Hochum gegen Freiburg wird ein 0-2. Stuttgart gegen Köln wird ein 0-2. Frankfurt gegen Bremen wird ein 2-1. Union gegen Schalke wird ein 3-0. Dortmund gegen Hertha wird ein 1-2. Leverkusen gegen Mainz wird ein 2-1. Das sind meine Tipps, eure Tipps in die Kommentare und denkt natürlich dran, bei Gladbach gegen Bayern auch nochmal separat im Discord mitzutippen beim Discord-Gewinnspiel, beim Discord-Ratespiel, beim Discord-Tippspiel. Und dann geht mal rein in die Orakel-Konferenz und starten mit Dortmund. Muss das sein? Niklas Süle, der Esel aller. Junge, Dortmund mit dem 1-0 gegen Hertha BSC. Dann haben wir Yusuf Paulsen. Mit dem Foul zu RB Leipzig mit dem 0-1. Die Freiburger dürfen aufrufen, schießen sie nicht in den Fäumen. Das ist aber 0-1 gegen den VfL. Bochum und die Wölfe. Die Wölfe waren von der Karriere. Gleich hinaus. VfL Wolfsburg mit dem 1-1 gegen Leipzig. Manu Mutti. Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher somit mit der Führung gegen die Bayern. Also auch nicht von schlechten Eltern. 1-0 für die Gladbacher. Dann haben wir Oliver Christensen. Ist erstmal in Ordnung. Aber wir bräuchten noch eine normale Hertha-Karte, um dieses Spiel zu drehen. Hünemeyer, Paderborn. Die Liedergebühr mit dem Doppelpack. Hoffentlich direkt mit dem Doppelpack. Mit dem 0-2 gegen den FC A. Genauso der Doppelpack kommt auch von der 1-8. Von Frankfurt, nämlich von Ansgar Knauf. Und dahinter ist es, Leute. Es ist göttlich. Es ist göttlich. Ich würde sagen, Doppelpack. Doppelpack, Martin Dardai, Kapi. Nein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Hertha Doppelpack. Ist auch egal, wer die Tore macht. Hauptsache Hertha dreht die Partie innerhalb der ersten Halbzeit. 1-2. Ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Halbzeit Nummer 2. Halbzeit Nummer 2 startet mit. Aktiv. Und Lewa. Lewa. 1-0 Führung gegen die Mainzer Akko-Rümer. Die Hoffenheimer machen da weiter. Wo sie eigentlich nicht aufgehört haben. War jetzt das Sprichwort. Aber macht keinen Sinn. Weil es ist das 0-3. Und Hoffenheim ist das nicht oben. Harry Monizimo. Die Mainzer mit dem 1-1 Ausgleichstreffer. Die Frankfurter machen weiter mit dem Tore. Leitchi Kamala. Mit dem 3-0. Dann Breithaupt KSC. Macht kein Tor. Medici St. Pauli auch nicht. Und Mario Spielt macht ein Tor. Nämlich das 3-1. Und der Mini-Mini-Mini-Mini Anschlusstreffer gegen die Frankfurter. Und da sehe ich auch schon was. Und Marc Flecken sehe ich erstmal als Doppelschutz quasi für Freiburg. Und da ist er wieder. Deitchi Kamala mit dem 3er Packer. 1 zu 5. 1 zu 5. Und eine Partie, wo noch keine Tore gefallen sind. Bis zum Rüstert gegen Köln. Und jetzt ist es Ende mit dem Doppeltakt. Und somit haben wir nur einen Platz. Und das ist an der alten Försterei. Wo bis jetzt noch keine Tore gefallen sind. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Mal gucken, wie es weitergeht. Das ist einfach gefühlt ein Fakt. 1 zu 1. Jetzt ist es erstmal 1 zu 1. Aber ich sage euch ehrlich. Ich glaube, die Bayern werden noch gewinnen. Elje Skiri mit dem Anschlusstreffer 2 zu 1. Wie viel Wetter? Ruben Vargas, der FCA. Der FCA mit dem 1 zu 2. Der FCA mit dem 1 zu 1. Entweigend sein Rodrigo Salazza. Okay, das ist ein Brett. Das ist ein Brett. Schalke, 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 Schalke. Das war Stuttgart. Stuttgart, Stuttgart mit dem 3-1. Das ist auch vom Tisch. Habe ich gesagt, die Bayern werden gewinnen. Es ist alles am Klär. Mit dem Doppelpack ist es das 3-1 für Gladbach. Und somit die Gladbacher Tour und der Gladbacher Sieg gegen die Bayern. Für die Leberkolle ist ja genau nicht entschieden. Und die Leberkolle sind auch den Doppelpack. Und somit werden auch die Leverkusener und gewinnen die Leverkusener mit 3 zu 1. Marc Flecken kommt hier weg. Und Oliver Christensen kommt hier nochmal weg. Weil die Torhüter sind jetzt aus dem Spiel. Weil es ist der Abpfiff. Aus und vorbei. Die Augsburger verlieren mit einem 1-3 zu Hause. Die Gladbacher gewinnen zu Hause. Nach der letzten, letzten, ja, letzte Woche, äh, nach der Katastrophe, dass man gegen Hertha BSC verliert. Die ja eigentlich im Formtief ihrer, keine Ahnung, im Formtief der Form, Formtiefen, äh, waren. Die Berliner. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es jetzt diese Woche gegen Dortmund aussieht. Im Signal Iduna Park in Dortmund. Mal gucken, wie sich da die, äh, blau-weißen Herthaner schlagen. Auf jeden Fall gewinnt Gladbach mit 3 zu 1 gegen die Bayern. Dann haben wir Wolfsburg gegen Leipzig 1 zu 1. Die Freiburger gewinnen 0-1 gegen Bochum. Stuttgart gewinnt 3-1 gegen Köln. Frankfurt gewinnt 5-1 gegen Bremen. Schalke gewinnt auswärts in Berlin. Angehalten für S3 bei Union mit 0 zu 1. Hertha gewinnt mit 1 zu 2, so wie es mein Tipp war, in Dortmund. Und Leverkusen gewinnt 3 zu 1 gegen Mainz. Dann war's. Die Orakel-Tabelle habt ihr jetzt im Hintergrund gerade auch in England gesehen und seht ihr vielleicht jetzt auch noch. Ähm, lasst ein Like, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns möglicherweise beim nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!